Möchten Sie dieses Radio einmal hören? Mit dem Drehkondensator wird die Frequenz abgestimmt. Mit dem Rückkopplungsregler stellt man die Empfindlichkeit ein. Der Empfänger wird zu einem Oszillator und durch Interferenzen entsteht ein Pfeifton. Der Empfänger wird zu einem Oszillator und durch Interferenzen entsteht ein Pfeifton. Der Empfänger wird zu einem Oszillator in Wien gelesen. Der Empfänger wird alle Rundfunksender in Europa hören. Der lokale Rundfunksender Langenberg ist so stark, dass man die Rückkopplung weit zurückdrehen muss, damit keine Verzerrungen entstehen. Das Ganze funktioniert übrigens mit einer abgeschimmten Spule, hier der Kosmos-Baukasten und einem etwa 50 cm langen Draht als Antenne. Uta-Rohländer aus Magdeburg verlegte Platz 4. Völlig unerwartet. The crowds continued to sing and chant as Mr. Bauter left. The crowds continued to sing and chant as Mr. Bauter. The crowds to sing and chant as her. The crowd is the same and the doubt that they are not so strong. The crowds to sing and chant as they are not so strong. Untertitelung des ZDF, 2020